Okay. Bei dem Wetter sollte man eigentlich nichts trinken. Und weil sie nichts kalt ist. Ich glaube, wir kommen doch von hier oben, oder? Kann das sein? Ach so. Okay, wir kommen hoch, ja. Aber das sieht aus, als ob wir hier schon mal waren. Hier. Und ich weiß nicht, wofür die Diamanten sind. Sorry. Moment. Moment, ich glaube, ich weiß es. Ja. Ja, ja, ja. Und zwar, seht ihr, wir haben jetzt blaue Haare. Jetzt nicht mehr. Und könnt ihr nochmal dashen. Das sind Dash-Diamanten. Genau. Aber was bringt uns das jetzt? Was bringt uns das? Wir kommen von dort. Wir kommen von dort. Okay. Wir gehen trotzdem nochmal dahin zurück. Höh. Da. Wir gehen doch nochmal hin zurück. Höh. Okay, das hat... Ah, wir können uns doch da festhalten. Okay. Höh. Sehr schön. Die Frage ist, sollen wir hier zurück? Und wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Mist. 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 Sollen wir hier zurück? Hm. Na okay, wir werden es erfahren. So. Höh. Höh. Okay. So, jetzt müssen wir einmal getarnt und... Äh. Das wird doch nichts. Höh. Ah, zu früh. Was habe ich getan? Also jetzt Anlauf und springen und zack. Genau. Zack. Ich weiß, wir kommen noch von da oder etwa nicht. Oder irre ich mich? Das ist ja verwirrend hier, der Berg. Beziehungsweise warum ist da rechts so ein Teil? Ich glaube, ich war hier noch gar nicht. Höh. 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 Oh Gott. Oder waren die hier schon? Das sieht halt hier alles so ungebraucht aus hier. Huh. Die Stelle kannte ich aber noch nicht. Hier oben ist nichts. Äh. Und da ging es auch nicht weiter. Hm. Wir müssen jetzt aber hier lang. So. Ah. Ich glaube. Höh. Nein. Ha. Nein. Ja, das ist rutschig hier. Hier rauf. Ja. Hier oben lang. Ja, das ist alles. Nein. Hier lang. Zack. Höh. Oh. Hä? Was war denn das? Ah. Guck mal. Einer an Geheimgänge. Hm. Okay. Ich weiß schon, was die von mir wollen. Ja, das kann ja was werden. Ah. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Zack. 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 Höh. Auch nicht schlecht. Keine schlechte Mechanik hier. Sehr schön. Genial. Super. Ah, die Geheimbank muss man hier auch erst mal sehen, hä? Nicht schlecht. Da rechts kommen wir auch nur runter. Höh. Indem wir das Teil da runterhören. Oder auch nicht. War das ein Fehler? Nee. Höh. Höh. Doch, das war ein Fehler. Oder? Kommen wir nochmal zurück? Höh. Hä? Wieso? Hä? Wieso? Was hat uns das jetzt gebracht? Ich meine... Wir kommen da nicht ran. Wir haben keine Dash. Wir haben nichts. Höh. Nee, 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 nee. Hä? Wie soll denn das gehen? Ja, so nicht. Okay. Es gibt immer eine Lösung. Vielleicht muss dieser Brocken hier auch gar nicht da runter. Das kann auch sein. Weil da Stacheln dran sind. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Ähm. Das ist... Der kommt runter. Wir könnten... Ja, ich glaube, wir müssen das machen. Ich glaube, wir müssen das machen. Ja, ich hätte es doch eben... Habt ihr gesehen? Genau das meinte ich. Höh. Also, praktisch können wir hier dranbleiben. Ähm. Zack. Und... Nein! Zu spät gedrückt. Schneegestöber mit Claudine. Schon wieder auf dieselbe Stelle. Jawohl. Oh, Mann. Puh. Juhu. Juhu. Oh. Nein. Nein. Der Sprung war doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Höh. Aber nicht ausreichend. Verdammt. Mist. Nee, das reicht nicht ganz. Ja, okay. Es reicht. Wir müssen das nur besser abpassen. Höh. 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 Ah. Besser abpassen. Höh. Na, ohne diesen Sprung kommen wir da nicht ran. Ah, und wir können es auch nicht so lange festhalten. Ah. Ah, Mist. Höh. Oh, das war ja gar nichts. Höh. 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 Und spring doch was. Mach doch irgendwas. Ah, okay. Ich weiß wie. Das ist ja... Ah. Hehehehe. Ist das so langsam? Höh. Ah. Genauso. Oh Gott. Nicht schlecht. Und das sind gerade mal die ersten Level. Höh. Beziehungsweise ich weiß gar nicht wie weit... Also... Der Mount scheint... Höh. Was ist denn das? Zeles... Wer? Dieses Denkmal ist denen gewidmet, die beim Aufstieg ihr Leben gelassen haben. Achso, okay. Was ist das hier? Hä? Puh, ich bin Matsch. Okay. Oh ja, schönes Lagerfeuer. Schön Klamotten aus und erstmal schön aufwärmen. Oh, Vincent Raven schon wieder hier. Go, Rax. Vielleicht war das hier doch ein Fehler. Nö, finde ich gar nicht. Errungenschaft verlassen. Kapitel abgeschlossen. Puh, okay. Immerhin. Neun. Was? 105 Tode. Hihihihi. Was ist das? Claudine. Tagebuch. Verlassene Stadt. Alte Städte. Vollständig geschafft. Geschafft. Alte Städte. Kristallherzen. Sagt mir gar nichts. Erdbeeren. Sprints Tode. Oh, war ja. Ja, auch nicht schlecht. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ist das ein neues? Wir können alte Gegenden nochmal erkunden. Falls man jetzt wirklich so der Sammler ist und alles sammeln muss. Jetzt zum Let's Play und zeigen glaube ich. Werden wir nur das mitnehmen, was wir auch können. Und jetzt widmen wir uns mal alte Städte. Das klingt jetzt ein bisschen alt irgendwie. Erdbeeren beeindrucken vielleicht deine Freunde. Aber das war es auch schon. Sammle sie nur, wenn du wirklich Lust dazu hast. Ach so. Ich krieg noch nicht mal irgendwas dafür. Blaues Feuer. Äh, blau grün. Hä? 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 Was ist denn das? Ach ja, stimmt. Wir begegnen uns hier ja irgendwie selbst. So irgendwie. Das dunkle Ich müssen wir irgendwie dann besiegen. Wir schauen aber mal kurz, ob es hier nach beiden Seiten lang geht. Ne, okay. Puh. So da oben. Sieht nicht so aus, ob wir da ankommen. Aber schaut mal diese. Ja, ich mag dieses. Pixelige dieses. Ja, keine Ahnung. Ich kann das nicht mal sagen, wie ich das meine. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, was ist denn hier? Hier unten ist irgendwas. Hä? Was ist denn das? Irgendwelche Kristalle? Äh. Das hört sich an wie Glas. Hört ihr das? Böp. 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 Hm. Gegen Dächen können wir auch nicht. Hä? Okay. Nö. Hm. Vielleicht wird das noch später interessant. Das versperrt uns hier auf jeden Fall den Weg zum Teil. Unten wird es wohl nicht lang gehen. Das ist ja seltsam hier. Ha. Na gut. Gehen wir weiter. Schwupps. Ich frage mich, ob es hier auch Bosse oder sowas gibt. Was ist denn das hier? Hä? Ach, das ist sowas zum Durchgucken, oder was? Da unten ist eine Erdbeere. Okay. Da ist eine Erdbeere. Ja, was mache ich da? Hä? Was kann ich denn da machen? Ja gut, hier sind Steine und da ist eine Erdbeere, aber... Da ist auch ein Spiegel. Müsst du mir den Spiegel irgendwie? Nee. Okay. Ich weiß nicht, was es mit dem ominösen Glas auf sich hat. Aber ich denke, das werden wir schon noch rausfinden. Müssen wir das berühren? Nee. Das sieht aus, als ob das Teil hier über uns runterfallen könnte und unter uns diesen Boden wegreißen könnte. Also, so sieht das irgendwie aus. Hm. Und welche Resonanz vielleicht? Dass wir Resonanzen brauchen? Ach, hier geht es ja doch runter. Huh. Hier geht es ja doch runter. Moment mal, das sieht doch aus wie ein Geheimgang, oder? Huh. Ah. Ah. Nee. Ah. Hä? Okay. Moment, ich will erstmal da links gucken. Äh. Nee. Ich sehe gerade keine Chance, da ranzukommen. Gehen wir lieber später hin. Wir können also auch irgendwas kaputt machen. Guck mal in der Schau. Äh. Äh. Ähm. Ähm. Ich glaube, ich weiß, wie. Ähm. Ah. Sehr schön. Ja, man lernt zu. So, na gut, gucken wir mal. Äh. 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 Ja, ja, ja. Schon klar. Zack. Äh. Fuck. Äh. 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 doch nicht und zwar ganz da ganz anders was mache ich denn hier überhaupt so so dann rüber also daran das ist klar wie habe ich das von vorhin bin ich doch da da angekommen moment ich bin ich da angekommen vorhin was mache ich bin ich fast durch ohne das überhaupt zu gebrauchen ich habe es geschafft juhu und hier ist der spiegel bin ich das oh nein jetzt habe ich mein dunkles ich befreit oder was ach du meine güte und jetzt geht die jahr los oder was ok 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 komme ich jetzt wenigstens hier durch das ist ja geil das ist ja auch ein geiles element das ist wie so glipper wo man durch kann hier brauchen wir nicht lang wir werden wohl schon hier hoch müssen da brauchen wir nicht noch mal untergucken oder ach doch da ist ja diese erdbeere stürmt jetzt ja beinahe vergesse da komm ich da ran komm ich da da komm ich gar nicht ran oder ja vielleicht später schauen wir mal später so klaut die wollen wir mal ach ok andere seite darf keine wand sein oder sowas kann das sein und das für wolken hier komische wolken na gut da unten ging es sonst lang wir werden jetzt hier land müssen was war das jetzt was sind das irgendwelche die bringen einen auch nix wahrscheinlich ja ja sehr schlau ja ja genau wie soll das gehen ah ok so wir könnten ach ne könnten wir nicht wir können erstmal sind wir da vorhin durchgekommen ich glaube nicht oder deswegen gehen wir da mal durch da ist noch so eine erdbeere die erdbeeren bräuchten wir nicht mal wir brauchen hier nicht irgendwie beweisen wie geil wie geil wir sind moment das reizt mich jetzt aber dennoch wo geht es hier lang wo geht es hier lang da da ok 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 wow oh god da hab ich mehr verstand als glück äh glück als verstand sehr schön die erdbeeren bringen uns halt nix also ich überlege die auch wirklich gänzlich weg zu lassen so wir konnten da noch nach unten wie es ausschaut wir gehen aber jetzt wieder hoch weil jetzt müssen wir wahrscheinlich hier lang ich frag mich ob hier noch irgendwelche Bosse sind oder sowas ok sind wir doch noch nicht ganz fertig hier unten welche waren wir doch sag ich doch ähm hier waren wir überall wir müssen oben lang beziehungsweise rechts lang aber wie da ist alles zu hier da ist nix hier ist nix 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 ich gönne mir erstmal ein schlückchen hier vielleicht kommt dann die ideen so also unten nicht und da nicht dann gehen wir jetzt wieder links lang gehen wir wieder zurück vielleicht ist da wo das monument war jetzt die andere seite offen hier könnten wir jetzt auch nicht doch könnten wir nach oben ich will aber erstmal hier schauen ne können wir auch nicht gut das begrenzt natürlich unser äh Radius etwas aber jetzt kommen wir hier lang guck mal da oben geht ah ok wie soll das gehen ah das war zu eng aber ich glaub die Idee war richtig oder ne hä nochmal ja ja ok ach du meine güte ach du meine güte ach ok wir dürfen bloß nicht gegen irgendeine Wand fähigen hier achso alles klar klaudine süße mach langsam mal ja ha 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 oh oh wer hat das gesagt oh ich bin nur eine besorgte beobachterin hm ich weiß nicht bist du ich ich bin ein Teil von dir hm hm warum sieht ein Teil von mir so unheimlich aus hm hm so seh ich eben aus ok komm damit klar hm tut mir leid ich bin nicht so gemeint achso ich hab nicht so gemeint hm vergiss es hm hm ich will nicht sagen was für eine erleichterung es ist endlich aus deinem kopf raus zu sein hm aber hör mal ich mach mir Sorgen um uns hm hm wir brauchen ein Hobby aber das hier hm ich weiß es klingt verrückt aber ich muss diesen Berg besteigen hm hm du bist viele Dinge süße aber du bist keine Bergsteigerin hm 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 wer sagt dass ich das nicht sein kann hm ich weiß es nicht deine starke was ich weiß dass es nicht deine stärke ist aber sei bitte einmal vernünftig hm du hast keine Ahnung worauf du dich da einlässt das packst du nicht hm genau deshalb muss ich das machen hm ja oder nur der faule hm hm ich bin der pragmatische Teil und ich versuche hier diplomatisch zu sein hm lass uns zusammen nach hause gehen nach hause hm hm oh nein sie kommt mit hm hm sie kommt uns sie kommt uns hinterher auch nicht schlecht nein sie braucht mich gar nicht verfolgen ich vernichte mich selber hm 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 ok wo lang wo lang hier zuck geh weg geh weg hm da haha verarsch hm hm ja klar ich sammle noch hm irgendwelche Erdbeeren hier nein ah als ob ich hier irgendwelche Erdbeeren sammle währenddessen ich hier kämpfen muss hm ok hier 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 hm was ist denn das da ist das da ein Ei hm was war das eine Klingel oder was ok 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 hm ich muss weg ich muss weg hm da ok hier hoch dann na die ganzen Teile soll ich mir holen ach da oben komme ich da hm ach sie macht genau die Bewegung die ich mache ok hm ok 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 ne das geht so nicht ok ok ne das geht so nicht ok Okay, sie macht die Bewegung, die ich mache. Damit können wir spielen. Damit können wir umgehen. Hoffe ich. So, jetzt müssen wir hier... Oh, nee, das wird nichts. Okay, okay, okay. Ah, Mist, was tue ich? So, hier lang. Hier lang. Verdammt. Hier lang. Hier. Zack. Hö. 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 Okay, okay. Nee, das wird so auch nichts. Doch, ich weiß wie, ich weiß wie. Okay, alles klar. So, hier lang. Hier lang. So, dann hier hoch. Und, ähm, wir gehen mal nochmal hier lang. Ich weiß jetzt gerade nicht. Da, jetzt springe ich mir selbst in die Fresse. Mist, verdammt. Okay. So. Ich überlege halt, wie wir da oben rankommen sollen. Ah, muss. Da. Können wir danach eigentlich nochmal? Ah, okay. Wir können nochmal. Nice. Okay, gut. So lang? Oh, auf was warte ich eigentlich? Hö. Okay. So. Nein. Jetzt dachte ich eben, ich habe hier einen Doppelsprung. Ah, okay. So. 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 Dann so. Und so. Nein! Jetzt war ich doch schon. Nein! Und ich springe mir selbst in die dreckige Snitchfresse. Mache ich das am besten gleich? Ja! Die geht mir richtig auf den Pisser, die Alte. Da! Wieso versuche ich den beim Runterfallen einzusammeln? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche Sachen macht, die eigentlich total blödsinn sind? Oder auch nicht? Oh, 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 oh. Da! Hilfe! Oh Gott! Holt doch noch mehr von euch! Wieso verfolgen wir jetzt schon drei? Oh Gott! Nee! Das wird so nix. Oh, spring bloß nicht hoch, du dämliche Sau! okay so lang so ich brauche hier keine erdbeeren ich will weg hier ich will das einfach nur schaffen nein okay ich weiß wie da noch mal was mache ich was wo muss ich dann lang wo muss ich denn jetzt lang ich brauche hier unbedingt eine kleine auszeit oh das ist so übel